Die Fugger, eine Familie armer schwäbischer Bauern und Weber, steigen nach 1367 in nur drei Generationen zum größten Handels- und Bankhaus Europas auf. Geldgeschäfte und Bergbau vor allem machen die Familie unermesslich reich. Ihr Geld bestimmt, wer deutscher Kaiser wird. Der Papst braucht sie zur Durchführung seines Ablasshandels. Das Netz der Firma umspannt die ganze damals bekannte Welt. Jakob Fugger, genial und skrupellos, ist der reichste Mann seiner Zeit und einer der mächtigsten. Aber hinter der Fassade der Macht verbirgt sich viel Menschliches, allzu Menschliches. Und trotz sozialer Stiftungen schlägt dem Monopolisten erbitterter Hass entgegen. Die Glanzzeit ist kurz. Schon im 16. Jahrhundert unter Antoni Fugger, dem zweiten großen Regierer, beginnt der Abstieg in die Bedeutungslosigkeit. Allmählich, aber unaufhaltsam. Im Jahre 1367 war der Bauer und Landweber Hans Fugger als Geselle nach Augsburg gezogen. Jakob Fugger, der hier mit seinem Architekten die Baustelle besichtigt, war der Enkel des besitzlosen Einwanderers. Und schon galt die Familie für die reichste der Stadt. Die Fugger betrieben allerlei Handel, zumal im Metallgeschäft mit Silber und Kupfer waren sie groß. Drei Brüder hatten die Firma getragen. Georg starb und so war neben Jakob nur noch Ulrich da. Die Konkurrenz hatte versucht, einen tödlichen Streich gegen die Brüder zu führen. Sogar unter Teilnahme des Kaisers Maximilian höchstselbst. Aber nicht Jakob war unter die Räder gekommen bei diesem Spiel, sondern die Gegner, gnadenlos. Seitdem hieß er Jakob der Reiche, zuweilen der Große sogar. Die Geschäfte der Brüder wuchsen. Sie hatten den städtischen Rahmen lange gesprengt. Zwar nahm man die Neureichen in die Patrizierstube der Augsburger Geschlechter ums Verrecken nicht auf. Aber schließlich gab es andere Wege, augenfällig zu machen, wer man war. Man baute ein neues, prächtiges Haus. Das Pferd, das Pferd geht durch! Du kannst doch nicht aufpassen! Oh! Bitte um Vergebung, Jungfer! Ihr seid ja rot geworden bis über beide Ohren! So, du hast ihm gefallen, dem Jakob Fugger. Gefallen? Schier den Atem hat es ihm genommen, wie er mir so unvermutet gegenüberstand. Es gäbe kaum eine glänzendere Partie in der Stadt. Hast du ihn angenehm empfunden? Angenehm? Ich wäre bald selber so rot geworden wie er. Du träumst viel in letzter Zeit. Ach, du gehst auf Freias Füßen? Das ist doch die Nichte vom ehemaligen Bürgermeister. Die jüngste vom Ulrich Arzt. Sie ist noch nicht mal 20, glaube ich. Und ich bin doppelt so alt. Auf eine Weise zumindest, auf eine andere bin ich so unerfahren wie sie. Was meinst du, ob sie mich mag? Was, du hast sie noch nicht mal gefragt? Würdest du das für mich tun? Ich gebe keine Ruhe, bis alles gerichtet und ausgehandelt ist. Nun, ausgehandelt und gerichtet war's bald. Da, wo Geld zu Geld kommt, stellt sich nur selten was quer. Allenfalls das zu weilen, was man das Herz nennt. Umso besser, wenn es einmal mit den finanziellen Interessen zusammenschlug, im selben Takt. Mir geht nichts über zartgebackene Bekasinchen. Zumal, wenn sie ausgestoppt sind, in Thulian. Jetzt hört sich doch mal einer das Leckermaul an. Das ist ja kein Wunder, wenn er immer fett ist. Wäre der Herr Fugger wohl so galant, mich ein wenig am Lech spazieren zu führen? Nichts lieber als das. Es ist doch erlaubt, hoffe ich. Aber gewiss doch. Es sieht nach Gewitter aus. Entfernt euch nicht zu weit. Seid ihr immer so schweigsam? Zumeist. Heiliger Jesus. Da stehen mir aber karmelitische Jahre ins Haus. Unser Kupfergeschäft ist jetzt bald so weit gediehen, dass wir die Preise bestimmen können. Wie interessant. Nicht wahr? Und in Fuggerau haben wir eine schöne Manufaktur errichtet, wo wir gleich selber etwas davon verarbeiten können. Sibylle. Ich bete euch an. Ja? Und was, bitteschön, soll mich das Glauben machen? Dass ich es sage. Worte sind eine trockene Ware, Herr Bräutigam. Sieh zu, dass du mich kriegst, wenn du was von mir willst. Gott zum Gruß. Oh, der Herr Konrad Rehlinger. Ich kam zufällig vorbei. Da bat mich euer Vater, dass ich euch zurückmahnen soll. Er fürchtet die aufziehende Abendkühle. Ich danke euch übrigens. Vielleicht hat man es euch schon gesagt. Wir beide sind einander versprochen. Mein gebührenden Glückwunsch, dem Herrn Fugger dann. Oh, seid ihm gefälligst ein wenig neidisch. Das ist das Mindeste, was ich verdiene. Kommt. Wir durften nicht schuld sein, ein Vaters Zipperlein. Kommt. 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 Schade, dass das Haus bis zur Hochzeit nicht mehr fertig wird. Auf die neue Schreibstube freue ich mich mehr als auf alles andere. Ahorn getäfelt. Und vor dem dunklen Schnitzwerk hebt sich das matte Gold sehr wirkungsvoll ab. Du solltest dich lieber mehr ums Schlafzimmer kümmern. Das wird eine Hochzeit, von der die Leute noch lange reden werden. Das wird eine Hochzeit, von der die Leute noch lange reden werden. Euch allen verkünd' ich Lust und Großfreud. Zum heiligen Sakrament der Ehe haben versprochen sich heut' der tugendreiche und ehrsame Kaufherr Jakob Fuggerall hier, sein Name ist uns allen wohlbekannt und die holde Jungfer, Sibylle Arzt, rein von Herzen, wunderschön von Gestalt. Die wir hier versammelt sind, wollen wir dem Brautpaar den Ehrentag zieren, indem wir die Braut in das Haus des Bräutigams führen. Auf eine fromme Kopulation, ein deftiges Mahl und eine stürmische Brautnacht, mein Sohn. Zeig' ihr, was Manneskraft ist und lass' sie nicht mehr zu Atem kommen, bis sie glücklich in ihren fruchtbaren Umständen ist. Na, was für einer bin ich denn? Ein lauter Tag. Soll' ich die Zofe rufen? Ich fürchte, ich bin etwas ungeschickt. Hast du oft davon geträumt? Ich träume schon seit Jahren davon. Und seit ich dich gesehen hab' damals, fast eine jede Nacht. Es macht mir nichts aus, Jakob. Wirklich nicht. Wir sind erst neun Stunden verheiratet. Wir haben noch so unendlich viel Zeit. Er fühlte sich elend. Dass er versagen könnte, auf welchen Felder auch immer, er, der große Jakob Fugger, das war ein Gedanke, der ihm schon gar zu ungeläufig war. Nun, wer die Welt kennt, weiß, wo einer erst einmal einen Schlag bekommt, bleibt der zweite nicht aus. Die Fugger wollen hier bei uns einen Stuhl? Sie haben das höchste Vermögen in der Stadt. Und sind die größten Steuerzahler. Was kümmert das uns? Wir machen doch hier keine Geschäfte. Ihr Herkommen ist zünfterisch ordinär. Mich wundert's, was ihr für sie reden mögt. Die Fuggerin ist es, die ihm gefällt. Hab ich recht? Persönliche Dinge lasse der Herr aus dem Spiel. Aber das weiß doch ganz Augsburg. Jedenfalls setzt mir kein hochgekommener Gernegroß seinen ordinären Hintern auf einen Geschlechterstuhl. Abgelehnt! Hier. Sie haben uns abgelehnt. Dummheit und Stolz. In Ihrer Stube, während Sie saufen, machen Sie die Politik der Stadt. Wir machen Sie im Reich. Ein wenig jedenfalls. Aber ich hab andere Sorgen. Sorgen? Wegen dem Karpatenkupfer. Wieso? Das fängt doch an, sich zu rentieren. Gut zu rentieren sogar. Der Torso frisst den halben Gewinn. Er war uns einmal sehr nützlich. War. Zwei Hähne auf einem Mist, das hat noch nie getaugt. Auch wir sind zwei. Ihr habt keine Kinder, wie? Segen und Freude über euch, das bleibt euch viel erspart. Euer Georg ist ein begabter Ingenieur? Gott sei es geklagt, dass es ist, weil es vertan ist. Er ist ein Hurenbocken, treibt sich mit den Weibern herum und lässt andere für sich arbeiten. Geld macht den Charakter kaputt. Ich hoffe nicht bei jedem. Nicht lang drum herum geredet, Pan. Ihr seid dabei gereist, um mir meine Kompetenzen zu beschneiden. Ich würde es so nicht nennen. Ich nenne es so. Und mehr als genug davon habt ihr mir ohne die schon beschnitten. Aber ich habe geschriebene Privilege in einem ungarischen Hof, mit denen ich euch das Leben sauer machen könnte. Trotz eurem vielen Geld. Ich wünsche, dass ihr das zugebt, Pan. Das mag vielleicht sein. Ich habe Leute wie euch nie verstanden. Mächtig sein. Was aus der Sorgen hat man davon. Schön. Ich bin vielleicht ein Narr mag sein. Reißt die Leitung an euch ganz von mir aus. Aber setzt euch nicht in den Kopf, ihr hättet mich unter den Absatz getreten. Ich schmeiße euch hin, worauf ich nicht scharf bin. Und wenn es auf Kosten meines Herrn Sohnes geht, soll er spüren, wie der Hunger schmeckt. Eines Tages, wenn ich nicht mehr bin. Ich habe 30 Jahre lang gehungert. Es hat mir sehr gut getan. Das ging glatter, als ich dachte. Er ist ein guter Ingenieur, aber ein schlechter Kaufmann. Umso besser. Du hast nach Basel geschickt? Warum? Was haben wir mit denen im Sinn? Wir nichts. Oh, wegen nichts bestellt man keine Schweizer Ratsherren zu sich. Ich darf ein Privatleben haben wie jeder andere, hoffe ich. Ach. Ich dachte nicht, dass du eins hättest. Ich werde euch sicher nichts Neues verraten, Herr Fugger. Wenn ich behaupte, dass das kühnen Karl Burgunderschatz die kostbarste und schönste Juwelensammlung ist, die das Abendland kennt. Und wir, Basler, haben die schönsten Stücke davon. Das alles ist ganz und gar unverkaufbar. Und also eine wenig lukrative Geldanlage. Es ist eine reguläre Schweizer Kriegsbeute, Herr Fugger. Warum habt ihr sie dann 26 Jahre lang versteckt gehalten? Und bietet sie auch heute noch heimlich an? Es gibt legitime Ansprüche der Erben und jedes Reichsgericht würde das konfiszieren, wenn es eine Habhaft würde. Wenn ihr nicht kaufen wollt, sagt's gerade heraus. Wir können noch weitere 26 Jahre warten. Sowas gewinnt nur mit der Zeit. Es gibt Stücke darunter, die sind so himmlisch schön, dass man sie wirklich kaum beschreiben kann. 40.000 rheinische Gulden sind auch himmlisch viel Geld. Mein Interesse gilt vor allem dem und dem, ja, und dem Perlenschmuck hier. Herr Fugger hat wirklich die besten Stücke herausgefunden, so als ob er selbst ein Goldschmied wäre. Mein Vater ist einer gewesen. Es verzaubert einen, weiß Gott, als blicke man in den offenen Himmel hinein. Man ist wie geblendet davon. Königinnen haben das vor dir getragen. Und es soll wirklich mein sein? Einzig unser, Sibylle. Denn du darfst es nicht tragen. Nicht vor den Menschen tragen, aus vielerlei Gründen nicht. Nur wenn wir allein sind. Nur zwischen dir und mir soll diese unsagbare Wolllust des Schönen sein. Sie liebte die schönen und kostbaren Dinge. Sie war eine Frau. Aber eben weil sie es war, dies hier trotz allem Glanz machte nichts satt. Heißblütig war sie, war es immer gewesen. Jetzt war sie schon beinahe ein Jahr lang Jakobs Frau und immer noch unberührt. Der eiserne Wille, der ihn emporgebracht hatte, hier war er machtlos. Hätte erst vorausgeahnt, wie hartnäckig die Natur sich ihm verweigerte. Er wäre geblieben, was er tatsächlich ohnehin bleiben musste. Ein Hagestolz. Wer mag die Verbitterung ermessen, die Versteinerung, die durch all dies über ihn kam. Und über sie auf eine andere Weise. Wenn sie ausritt und sie ritt beinahe tagelang in den Auen des Lechs und der Werthach umher, trieb sie Wut und Verzweiflung. Du bist oft bei uns, mein Kind. Es ist mein Elternhaus, schließlich. Warum bist du nicht glücklich, mein Kind? Betrügt er dich? Betrügen? Er? Sibylle, du kannst ganz offen mit mir reden. Du bist doch nicht zimperlich. Wie oft hat er sich zu dir gelegt? In eurer ersten Zeit? Mein Herr Vater. Aber, Kind. Oft. Wie oft? Du musst es erdulden. Hörst du? Sie haben nun mal diese fiesche Natur, die Männer. Aber man darf ihnen deswegen nicht böse sein, mein Kind. Und das wird ja auch im Laufe der Jahre besser. Gott sei Dank. Ich hab dich sehr lieb, Mutter, aber wir sind sehr verschiedene Menschen. So ging es die ersten zwei Jahre. Dann kam eine Zeit, da die junge Frau ihr Elternhaus nicht mehr besuchte. Der neue Fuggerpalazzo am Weinmarkt war fertig geworden. Der Luxus, die Pracht, die Art, Feste zu feiern, all das passte weit besser zu ihr als zu ihm. Der tausend bunte Blümlein bringt uns der liebe Mai. Mein Herz gehört nur einer. Gott weiß wohl, wer sie sei. Gott kennt auch den Gesellen, für den mein Herz zerschlägt. Ich seh's ihm an den Augen, was sich in seinem regt. Er meint, er singt die Nacht, egal, da war's ein Mägdelein. Er meint, er singt die Nacht, egal, da war's ein Mägdelein. Doch ist sie schon vergeben, drum trauert das Herzesein. Ja, dies war ihr reich. Kapriziös und gescheit hielt sie Hof hier. Und Jakob Fugger war Gast bei sich selber, war's ungern und auch ungern gesehen. Oh, ihr wollt uns doch noch nicht verlassen, Herr Jakob. Man möge mir verzeihen, es war ein langer Tag. Das Herz der Firma schlug hier, in der neuen, der sogenannten goldenen Schreibstube. Da saß er, 16 Stunden am Tag, im mönchisch-stillen Garten seiner Bilanzen und sehr viel lieber als dort, wo lautes Leben herrschte. Wünschte der Fugger noch etwas zur Nacht? Wie spät ist es? Nach elf. Ich gehe zu Bett. Den Sekretarius wogen früh eine halbe Stunde vor sechs. Pünktlich. Hab Dank für den Abend. Gute Nacht, Sibylle. Gute Nacht, Sibylle. Gute Nacht, Sibylle. Gute Nacht, Sibylle. Die Bier. Jakob. Er vertiefte sich in seinen Gott in dieser Zeit, um das Dunkle, das in ihm war, aufzuhellen. In seinen Gott und in die Arbeit, die sein anderer Gott war. Über seinen Ziffern und Konten sitzend, spürte er Leben und Kraft in sich. Da war Tätigkeit, Leistung, Gewinn. Das Netz ihres Handels umspannte jetzt beinahe die ganze bekannte Welt. Reich waren sie geworden, abenteuerlich reich. Aber um diesen Rahmen zu füllen, reichte ihr Kapital, das einer ehemaligen Weber-Familie aus Augsburg, nicht hin. Wir müssen Fremdkapital aufnehmen. Ich sehe keinen anderen Weg. Ungern. Warum? Alle großen Häuser tun's. Was den Lukas ruiniert hat, war eben das. Als er das Geld am nötigsten brauchte, zogen sie es aus dem Geschäft. Ganz abgesehen davon, dass sie am liebsten die Bücher kontrollieren würden, wenn sie uns ein paar Gulden überlassen. Dagegen wärst du empfindlich, das glaube ich. Ja, sehr. Aber... Ihr habt mich damals nach Heriden abgeschoben. Abgeschoben? Es hat auch sein Gutes gehabt. Ich hab da manches gelernt. Die geistlichen Herren per Exemplum, Bischöfe, Äbte, versuchen ihre Pfründengelder immer hübsch unter der Decke zu halten, damit nicht etwa der Papst danach langt. Kirchengeld? Wenn sie es heimlich bei uns anlegen, muss es heimlich bleiben. Und sie regieren uns wenig hinein. Wir hätten den Zink, der mit ihnen verhandeln könnte. Zink ist Jurist. Und gerissener als mancher Pfaff. Der Herr Zink. Nun ja, wir sind ihm schon einmal begegnet. Zu Innsbruck damals, als man den Herzog Sigmund zur Abdankung zwang. Jetzt, nicht allzu weit südlich davon, beim wohllebigen Bischof Melchior Mekau zu brixen, sollte er die Probe drauf machen, ob seines Herren geistliche Pläne in die Tat umzusetzen wären. Nach dem erlesensten Mal der erlesenste Tropfen. Der Geschmack eurer hochwürdigsten Exzellenz ist zu Recht berühmt. Schließt die Tür. Nun also, ich hätte tatsächlich ein wenig Geld, gerade ebenso viel. Eine kleine Anleihe, die ich an den Kaiser gab, kam mir neulich zurück. Nicht gar so klein. 20.000. Unser Eins weiß manches, Exzellenz. Auch, dass ihr Grund zur Eile habt. Eile? Ich? Wieso? Man schickt euch wen übers Haupt. Von Rom aus. Ich sag's ihm Vertrauen. Der Kardinal Cassuccio ist unterwegs. Hm, eine Revision. Mann hat Wind bekommen von eurem Reichtum und hätt ihn gern. Wär alles mit rechten Dingen zugegangen, so wär der Cassuccio schon hier, aber, wie der Zufall es will, ihm brach ein Rad gleich nach Bozen. Weiß der Kuckuck, wieso? Wieso? Vor morgen früh, oder wenn er sehr habgierig ist, vor Mitternacht heut, kann er nicht hier sein. Der Verlärm ist wirklich superb. Was mich an euch besticht, Zink, ist eure Eleganz. Ein hohes Lob aus so kenntnisreichem Munde. Auch wenn es in Wirklichkeit nicht meine Eleganz ist, sondern euer unbestechlicher Tatsachensinn, der euch zum Fuggerschen Teilhaber macht. Macht er mich das? Ja, da es notwendig ist. Das Geld wär nicht mehr da, wenn der Cassuccio kommt. Nun gut, aber... Wenn, dann zu einem ganz und gar stillen Teilhaber bitte ich mir aus. Hochwürdigste Exzellenz können einen absolut diskreten Geheimvertrag mit uns schließen. Aber, um das lobende Wort von vorhin nicht ganz verhallen zu lassen, ich hab auf eine Provision gehofft. Wie viel? Bescheiden. Ein Prozent. Das wären 200. Ich hab einigen Einfluss und könnte gut dafür sorgen, dass die Gelder eurer Exzellenz dort zum Zuge kommen, wo es im Gewinnträchtigsten hergeht. Ohne dies steht ja zu hoffen, dass diese 20.000 nur ein erster Anfang sind, denn eure Brixner-Pfründe ist einer der vollsaftigsten im Reich. Ihr seid ein höllischer Schelmenkerl, Zink. Eine verlorene Seele, ja, ich weiß. Entrate. Ich bitte um Vergebung, aber ein allerhöchster, ganz unerwarteter Gast. Herr Kardinal Cassuccio. Euer Exzellenz Wissen bereits? Ja, für ihn herein. Also gut, Zink. Ein Prozent. Ich werde den boxgeilen Borgia-Papst nicht mit meinen guten Gulden mästen, indem ich sie diesem rosigen Schweinchen Cassuccio in den Rüssel stopfe. Euer Eminenz. Von ganzem Herzen willkommen in Brixen, Laudito in Jesu Christum. In Ewigkeit, Amen, geliebter Bruder. Unsere Reise war beschwerend. Herr Zink vom Bankhaus. Alles lief bestens. Und geistliche Herren wie den Bischof Melchior Mekau zu Brixen gab's überall. Er freilich erwies sich im Netz der Augsburger Bilanzen als der fetteste Fisch. Kurzum und nimmt man alles zusammen, die Kapitaldecke der Brüder Fugger wurde flauschig und kuschelig warm. Vielen Dank, Bruder. Wer freilich daraus schließt, sie hätte eingeladen, behaglich drunter zu schlafen, der irrt durchaus. Antwerpen. Antwerpen? Unmöglich. Es entwickelt sich von Jahr zu Jahr. Es wird einer der großen Umschlagplätze für das Englandgeschäft. Wir haben's schon zweimal versucht. Auch für den Spanienhandel. Die Firmen der Hanse sind da zu stark. Sie lassen es nicht zu, dass wir Fuß fassen. Ich hab allerlei ausforschen lassen über die hochgeschätzten Antwerpener Kaufherren. Ein paar sind dabei, denen wir ein Kuckucksei ins Nest legen könnten. Adrian van Hoogstraaten. Das ist einer der angesehensten dort. So gut, wie er gern Glauben machen möchte, geht sein Handeln nicht. Meine Hausdaten. Meine Hausdaten. Habt ihr etwa die Nacht hier verbracht? Ist der Postreiter herein? Ich komme gerade von ihm. Das Geld aus Lissabon kam nicht? Bloß ein Versprechen. Aber immerhin das. Ein Versprechen auf wann? Auf kommenden Mai. Das ist zu spät. Bis zur Messe muss ich 30.000 erlegen. Ich muss. Das Landgut bei Utrecht. Wiener Boverkamp wollte er es haben. Weshalb wird man ewig nicht Handels eins? Was er bietet, deckt kaum die Hälfte des Werts. Will er über acht nicht hinaus? Gut. Gibt es für acht. Aber es liegt eine Schuld von 5.000 Gulden auf dem Gut. Bleiben 3.000. Die immerhin zahlt der Bar. Steht zu hoffen. Nur zwei Drittel. Das reicht nicht. Die Sache mit dem Pfeffer wäre vielleicht nicht schlecht. Ein Betrug, Warnbühl. Wisst ihr, was draufsteht? Wenn man geschickt ist und nicht ertappt wird? Diesem Gewürzschmecker. Meint ihr, ihm ist wirklich zu trauen? Wenn man ihm seinen Anteil pünktlich zahlt? Oh Mann. In letzter Zeit blickst du immer so düster. Es will nichts bedeuten, Frau. Wirklich nicht. Warum darf ich nicht teilnehmen an deinen Sorgen? Du siehst, Gespenster. Komm, jetzt bleib stehen. Komm, Alter, bleib doch stehen. Also, nun. Wenn was rauskommt, wird man euch einsperren. Doch der, dem es ans Leben geht, das bin ich. Allein, wenn von diesem Gespräch dem Magistrat jemand was flüstern würde. Ich nehme es auf meinen Eid, dass wir nicht miteinander gesprochen haben. Wem wird man mehr glauben, mir oder euch? Ich weiß nicht so recht. Immerhin bin ich ein eidlich bestallter Gewürzschmecker der Stadt. Also, fast ein Beamter. Gut, also definitiv wie viel? 300 Gulden. Im Voraus. Wie ausgemacht. Euer Gewinn bei zwei Ladungen gestreckten Pfeffers macht fast das 15-fache aus. Und streckt das Zeug nicht zu erbarmungslos. Ich bin bereit, ein Auge zuzudrücken. Aber nicht zwei. Obenauf müsste er eine Schicht unverfälschtem Pfeffers tun. Falls ein Unberufener seinen Blick darauf wirft. Dieser verdammte Pfeffer beizt. Die Sache ging gut und brachte 4000 Gewinn. Aber es fehlt immer noch hinten und vorn. Das ist mir zu wagen, mein Herr. Für den Preis, den ich euch bezahle, will ich Hochstratens Bilanzen sehen. Das wird nicht einfach sein. Ihr kennt den Matthias Frisch? Matthias Frisch? Augsburger. Spitzereihänder in Antwerpen, seit bald zehn Jahren. Oh ja, den kenne ich. Empfehlt ihn eurem Herrn. Als was? Als Gläubiger. Einer, der Geld für ihn übrig hat. Es wird nicht nötig sein, ihn Herr Hochstraten langzubitten. Er wird auf jeden Fall zugreifen. Das Wasser steht ihm bis zum Hals. Ach ja? Ich mag solche Leute nicht. Zuweilen braucht man sie. Mit dem Frisch hast du gesprochen? Ja. Er wollte sich erst nicht darauf einlassen, aber verschuldet, wie er ist, tut er, was er muss. Ich bin so froh, Adrien. So heiter warst du schon lange nicht mehr. Ja, ich fühle mich wie neu geboren. Glück auf, Herr Frisch! Er hat mir über den Berg geholfen. Du hättest also doch Sorgen, Adrien. Ach, Juliana. So aus dem Orkus zurückzukommen. Ich bin oft im Leben glücklich gewesen, weiß Gott. Aber so wie heute, selten. Melde mich mit dem Herrn Hochstraten. Ja, so. Seid willkommen im Hause Hochstraten, Herr Fugger. Aber ja, mein Herz. Der Herr Fugger aus Augsburg wünscht euch zu sprechen. Fugger aus Augsburg. Was mag der von dir wollen? Ihr wollt Anteile kaufen? An meinem Geschäft? Um genau zu sein, Munnair. Die Mehrheit der Anteile. Den Teufel werde ich tun und den Kopf ins Maul des Augsburger Raubtiers stecken. Nun, ein wenig steckt er schon drin. Wieso? Wen habt ihr vorgeschickt? Den alten Herrn Frisch. Die 25.000, die er einbrachte, waren von uns. Ah. Von euch? Und also, wenn ihr gerettet würdet, Munnair, so durch uns. Ich habe nicht nötig, gerettet zu werden. Wozu Katze und Mausspielen? Wir sind im Besitzer Ihrer Bilanz. Sieht da. Es wird mir schwer fallen, den Anteil dieses Herrn Frisch herauszuzahlen. Sehr schwer sogar. Das verheimliche ich nicht, aber ich werde. Es würde mir leid tun, Munnair, wenn euer Starrsinn uns zwänge, Mittel anzuwenden, die vielleicht nicht völlig ehrenhaft sind. Wart ihr je ehrenhaft? Ihr habt den portugiesischen Pfeffer gestreckt, der kürzlich nach Frankreich ging. Eine solche Verleumdung, Herr Fugger. Wir haben all das Fee gezollt. Und überdies Sachbeweise. Gewürzfälschung hochstraten ist ein Vergehen, das von den hiesigen Gerichten mit äußerster Strenge geahndet wird. Schließlich, es steht der Ruf des Antwerpen am Marktes auf dem Spiel. Bald 30 Jahre habe ich Geschäfte gemacht. Und immer Ehrliche. Immer. Ich schwöre es. Mein Lebenswerk. Die Firma, das bin ich selbst, Herr Fugger. Dies Haus. Bei jedem Stein habe ich daneben gestanden, als er auf den anderen kam. Ich will eure Lage nicht ausnutzen, um auf den Preis zu drücken. Ich könnte es hochstraten. Und ihr wisst das. Ihr habt keine Wahl als das Ja oder den Kerker. Aber ich bleibe bei meinem, ihr werdet es zugeben, sehr reellen Gebot. Also? Wozu die Frage? Ihr sagtet selbst, dass ich muss. Wann? Wozu vor sich her schieben, was sich keinesfalls ändern lässt. Gut. Wenn es euch so sehr eilt. Ein köstlicher Besitz, Herr Fugger. Wie weit bist du dem Magazin? Sie grenzen gleich dort an. Sehr schön. Ihr habt eure Sache gut gemacht, Warnbüll. Wer einem Fugger dient, tut es nicht umsonst. Ihr werdet hier einziehen und das Kontor als unser antwerpender Faktor leiten. Ich werde was daraus machen, Herr Fugger. Das verspreche ich euch. Und hier lagern die venezianischen Tuche. Mein Gott. Noch in der Nacht habe ich ihm so viel Geld ausbezahlt. Bar auf den Tisch, dass er behaglich davon hätte leben können. Was für ein Nacht. Der Preis, den du gezahlt hast, war unsinnig hoch. Noch immer weit unter Wert. Aber weit über das Nötige hinaus. Verzeih, prinzipal unserer Sozietät bin ich. Gelegentlich mache ich davon Gebrauch, wenn es gefällig ist. Nun, Herr von Hochstraaten war ja auch sehr zufrieden, wie man hört. Wenigstens die Witwe und die Kinder sind auf diese Weise versorgt. Ich habe selber Kinder. Vielleicht wäre es gut für dich auch endlich welche zu haben. Fugger gibt es mehr als genug. Er hatte begonnen, sich abzupanzern. Und er empfand es als Auszeichnung der Natur, dass sie ihn anders veranlagt hatte als die anderen. Da gab es welche, die hatten weit weniger Beschwerden mit ihrem Fleisch. Ich werde meine Exerzitien halten jetzt. Also setz dich her da und gib acht, dass mich niemand stört. Aber wenn es nun was Wichtiges ist. Es gibt nichts Wichtigeres, als wenn eins auf seine Seligkeit schaut. Melchior von Mekau, vormals Bischof von Brixen, jetzt Kardinal in Rom. Gott und ein Schmiergeld von 15.000 Gulden hatten ihm sein hohes Amt beschert. Und es war keine verschwendete Gabe. Er freute sich ihrer nach seinen rüstigen Kräften und genoss es, den neidischen Blicken seiner heimischen Prelaten entronnen zu sein. Anlässlich seiner häufigen, pflichtgemäßen und hochwichtigen Aufenthalte in der ewigen Stadt regelte er sich behaglich, während der Zins seines heimlichen Kapitals in gesegneter Fruchtbarkeit wuchs. Ohne Arbeit, ohne Plage, allein durch die Gnade Gottes und freilich auch durch das Geschick der fugerschen Handelskunst. Bibelfest war er, wie es sich gehört. Er lebte nach des Predigers Salomo Wort, in Freuden esse dein Brot, deinen Wein trinke mit Wonnen und Gebrauch deines Lebens, solange der Herr es dir gibt. Halt, wohin? Zu seiner Eminenz. Das ist unmöglich. Aber ich bin ganz dringlich aus Brixen hergeschickt worden. Nicht jetzt, frühestens morgen. Im Interesse des Seelenhalts seiner Eminenz. Aber ich bin fast eine, wo man gewaltt. Seine Eminenz ist zugeschoben. Arsch, bitte komm schnell. Arsch. Er atmet nicht mehr. Er stöhnte auf, wurde blas und fiel dann zusammen. Seine Eminenz lebt nicht mehr. 200.000 Dukaten? Es ist unglaublich erreicht. Nein, alles in Augsburg. Warum nicht in einer päpstlichen Bank? Wo hat man diese fugersche Quittung gefunden? Der heimgegangene Tuxibay ist sich im Ärmel versteckt. 200.000. Unglaublich. Hier, ein Testament zugunsten der Brüderschaft vom deutschen Nationalhospiz. Nationalhospiz. Kraft kanonischen Rechts ist dies päpstliches Vermögen. Erhebt ihr Anspruch darauf eure Heiligkeit? Auf alles. 200.000. Man darf Gott nicht nehmen, was Gott gehört. Unser Bruder im Herrn hat versucht, seine Reichtümer vor uns zu verbergen. Aber der Allmächtige hat seinen Betrug offenbart. Mit diesem Vermögen kann ich den verdammten Venezianern den halben Kirchenstaat wieder entreißen, das jener Borgia, Gott strafe seine unzüchtige Seele, verschleudert hat. Beordert drei Dutzend Schweizer Gardisten zum Rione di Ponte. Sofort. Zur Fuckerfiliale? Der saubere Herr Zink dort muss unverzüglich aushändigen alles, was wahr in den Kassen ist. Fürs Erste. Und für den Rest deinem Boot nach Augsburg. Rapido, Santario. Seine Heiligkeit ist ein streitbarer Mann. Was hast du? Wieder Schmerzen? Ach, das geht vorbei. Schlimmer als alle Schmerzen ist, dass ich nicht weiß, was tun. Zeit gewinnen. Anderes kann uns jetzt nicht retten als Zeit gewinnen. Seine Heiligkeit hat uns das römische Konto schon kräftig genug ausgeräumt. Das ist zu verkraften. Wenn man bedenkt, dass wir ihm auch noch die Schweizer Garde bezahlt haben, mit der er unsere Bank überfiel. Wenn die Gläubiger Wind bekommen, stürzen sie sich auf unsere Kassen. Und es wird enden wie beim Lukas. Es darf nicht so enden. Irgendwie müssen wir auf den Rechtsweg kommen. Der ist allemal lang. Lässt der Mekau denn keine leibliche Verwandtschaft zurück? Doch. Aber er hat keinen davon bedacht. Wer weiß denn das? Pardon. In seinem Testament steht klipp und klar, dass keine... Vielleicht hauen noch andere Testamente auf. Vielleicht kann auch das Bistum Ansprüche stellen. Brixen? Das ist juristisch aussichtslos. Es kommt nicht auf juristische Aussichten an, sondern auf Zeitgewinn. Das Hochstift Brixen gehört zum kaiserlichen Besitz. Das müsste sich nutzen lassen. Zum Reichstag laden wir Kaiser Maximilian ein, bei uns Quartier zu nehmen im neuen Haus. Unter 3000 Gulden Kosten geht so eine Gastfreundschaft aber nicht ab. Soll es Gerüchte geben, dass wir quasi am Ende sind? Die gibt's so gewiss wie das Amen. Was spricht dann deutlicher dafür, als dass wir 3000 Gulden für ein kleines Fest springen lassen? 3000 Gulden? Lass Ihnen die Ohren klingen. Das ist alles zum Erschrecken ungewiss. Du hast Angst, scheint mir. Ja. Dieses Mal habe ich Angst. ist das. Das ist alles, Fugger, eure Frau tanzt wie eine Feder Majestät, sind zu gütig Wahrheitslieben, Fuggerin, Wahrheitslieben Ich kann nicht um ihn, euch zu beneiden, Fugger Um eure Frau und dieses wunderschöne Haus Es sieht manches glänzender aus, als es ist, Majestät Ja, mir sind da Gerüchte zu Ohren gekommen Majestät, diese Nacht soll es für euer Majestät nur Schönes geben Da wir den letzten Tanz gemeinsam beendeten, wollen wir diesen zusammen beginnen Keine größere Ehre und Freude für mich, Majestät Ist was mit meinem Bruder? Euer Bruder schläft, er ist seit Mittag fast ohne Schmerz Soeben ist der päpstliche Datar eingetroffen Und er macht es sehr dringlich, Herr Fugger Soeben ist der päpstliche Datar eingetroffen Willkommen in Augsburg, Monsignore Danke Dies hier ist meines Bruders Platz Er ist krank, er lässt sich entschuldigen Ich nehme an, es handelt sich um seine Eminenz, den Bischof Mekau von Brixen Es tauchen unentwegt sich völlig widersprechende Testamente auf Das hörte ich Als ich abreiste, waren es fünf So viel Testamente des Kardinals und wenn es zwei Dutzend werden, haben juristisch keine Gültigkeit Das Vermögen fällt an die Kurier nach kanonischem Recht Das ist eine Sache der Rechtsgelehrten, ich verstehe davon nichts Diese Testamente sind einwandfrei Fälschungen Erwiesenermaßen Da diese Dokumente so hervorragend gearbeitet sind Sagt man in Rom was? Dass der Urheber ein übermächtiges Interesse und eine bemerkenswerte Börse haben muss Ja Ich warte Worauf? Es liegt euch doch ein Name auf der Zunge Bei mehreren Testamenten hängt viel vom Zeitpunkt der Liederschrift ab, nicht wahr? Die Gerichte werden das Gültige ermitteln Die Gerichte? Er spekuliert falsch Ich bin zum Zweck der sofortigen Eintreibung hier Der Kaiser wird über den Kasus befinden und ich denke, wir beide werden uns seinem Urteil fügen Wie ihr wollt Da die Majestät ohne dies in der Stadt ist, werde ich mit ihr konferieren Der Kaiser ist zu Gast in meinem Hause und wie man hören kann, fühlt er sich wohl Mein Gott, Fugger, hat das nicht Zeit bis nach dem Turnier? Ich würde es nicht wagen, Eure Majestät zu stören, wenn es nicht äußerst dringlich wäre Ach Es besteht ernstlich Gefahr, dass das Haus Fugger an dem päpstlichen Adalas zugrunde geht Und Eure Majestät würde da ein Geldquell auf immer versiegen Und wie wäre das zu verhindern? Eure Majestät haben Erbansprüche An den Kardinal Mekau, ich Das Hochstift Brixen ist Eure Majestät reichsunmittelbares Beneficium, daraus leiten sich Rechte ab Es ist ein beträchtliches Vermögen, dass da in Eure Majestät Taschen fließen würde, statt in die des Papstes Was erwartet ihr von mir? Eine Unterschrift Ich hoffe und ein ehrenhaftes Dokument Ich würde etwas anderes nicht wagen zu empfehlen, Majestät Also gut, fertig das aus Und jetzt zickert es mich nicht länger Ihr habt noch nie ein Turnier gefochten Man ist höllisch aufgeregt hervor Wie vor jeder schönen Kunst Der Mohn saft hervor Wozu? Er lindert die Schmerzen Dieser Stein bringt mich um Die Majestät und der Kurfürst von Sachsen sind unterwegs zum Turnier Ich will nichts mehr Mach zu Diese Fucke sind wirklich mit allen Salben geschmiert Wie sich die Sachen entwickeln, ist es jetzt nicht mehr nur eine Finanzfrage, Santario Auch eine rechtliche Eine politische Wir haben die Schlacht bei Cremona gewonnen, haben den Krieg gegen Venedig gewonnen Der Kirchenstaat ist wieder hergestellt Ihr wart auf der ganzen Linie siegreich, Deo gratios Und meine Verbündeten laufen auseinander, wie das so ist nach einem Sieg Den habe ich denn noch Die Schweizer und diesen Maximilian Weshalb soll ich ihn verprellen? Vor allem jetzt? Und das wegen eines Problems, dessen Ausgang äußerst langwierig und ungewiss ist Die Fucke sollen also ganz ungerupft bleiben? Sie haben mir 40.000 Gulden geschickt Zur beliebigen persönlichen Verwendung Wir haben da einen ungewöhnlich fetten Spatz in der Hand, Santario Die Taube auf dem Dach nützt uns nicht viel Soll der Kaiser von mir aus Erbe sein, wenn er es so will Die Gefahr ist glücklich vorüber Wir standen keine drei Zoll mehr vorm Abgrund Zwar der Maximilian wird sein Erbe wollen Aber verschuldet, wie er uns ist, wird es ein großer Rechenvorgang in den Büchern sein Mit einem kleinen Trostpflästerchen in den Bar, wenn es hochkommt Er scheint dich nicht besonders zu berühren Mich berührt dieser rasende Schmerz im Eingeweide Sonst kaum etwas Aber die Firma, du hast Kinder Die helfen jetzt auch nicht mehr, Jakob Ich habe nach Salerno schicken lassen Dort gibt es die besten Ärzte Bitte, Jakob, bitte Keine Operation Diese Steinschneider, ich habe es mal gesehen beim Vater meiner Frau Es war fisch Wozu? Es gibt kein anderes Mittel, Ulrich Die Messen hatten nichts vermocht Und auch der Steinschneider aus Salerno hatte nichts vermocht Es war fisch gewesen Der Kranke hatte es vorausgeahnt Dieser schnelle, harte Stoß des Messers hinein ins zuckende Fleisch Den Damm zertrennend, die Harnblase schlitzend Fisch, grausam und umsonst Jakob hatte die Hand des Gequälten gehalten Die ganzen langen Stunden lang Er hatte bis zuletzt ins leidende Gesicht des Bruders geblickt Selber leidend Jetzt war sein inneres Starr Immerhin war es auch Gottes Fügung, dass Ulrich gehen musste Und er ging ja nicht ganz und gar Hinter sich ließ er Fleisch von seinem Fleisch Diese Neffen hießen Fugger, wie Jakob Aber auf eine schmerzhafte Weise ging sie ihm dennoch nichts an Er fand, dass sie alle nichts taugten Am Ende würden sie das Verderben, was er schuf Das Verzehren, was er erwarb Noch war er am Leben Noch hatte er den Gipfel seiner Macht nicht erreicht Noch war er tätig und stark Aber wie lange? Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020